Hallo liebe YouTuber, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz leicht mit Facebook euer Taschengeld aufbessern könnt. Ja, es gibt so eine Internetseite, die heißt gepostet.com und die übernimmt für euch das Posten auf eurer Fanseite. Ganz einfach hier oben klicken mit Facebook verbinden, aber jetzt schauen wir uns mal an, was es alles gibt. Was ist es überhaupt? Natürlich wird erklärt, dass es alles kostenlos ist und es es den Mitgliedern hilft, Geld zu verdienen. Man registriert sich ganz normal über Facebook und es wird dann freigeschalten. Das Ganze wird über ein Autoposter gemacht, das heißt man muss nicht selbst posten, sondern man stellt ein, ja, alle zwei Stunden soll es einen Link posten. Das wird dann einfach von dem Programm gemacht, beziehungsweise von der Software. Bezahlt wird pro 1000 Besucher, also Views, die das gesehen haben. Wie ihr sicher wisst, wird auf Facebook das sehr leicht angezeigt. Tragt es ein, dass es um 18 Uhr angezeigt wird. Tragt ihr halt ein, dass es um 18 Uhr angezeigt wird. Da schauen dann die meisten Leute auf Facebook rein und sagen wir mal eure Facebook Seite hat 100 Likes, dann 10, also 1000 und es zeigt auf 1000 Pin-Wänden das an und die Leute sehen, dass dann kriegt ihr 3 Euro dafür. Natürlich wird gesagt, die Daten werden nicht ein dritter weitergegeben, blablabla, weiß auch jeder, dass es nicht stimmt. Eine Auszahlung kann erst ab einem Mindestbetrag von 10 Euro beantragt werden. Es wird immer nur am 15. und am 30. Tag eines Monats ausgezahlt. Es kann entweder bei Amazon Gutschein, Paypal oder als Banküberweisung geben werden. Ja, Fragen können an die Support-Seite gestellt werden. Hier ist der Link. Ja, aber ich glaube, wir loggen uns einfach mal ein mit Facebook. Blablabla, da müssen wir uns jetzt einloggen. Oh, jetzt sind wir eingeloggt. Jetzt sehen wir hier aktuelles Guthaben, 0 Euro, Kontoeinstellungen, da können wir also einstellen, was was ist und wir können auch selber Bilder hochladen. Natürlich haben wir noch keine, weil ich bin natürlich immer zu faul. Und jetzt schauen wir mal, was da ist. Wir klicken drauf. Hm, schaut gar nicht so schlecht. Ja, hm, ich glaube, ich klicke einfach mal auf Teilen und Link teilen. So, jetzt seht ihr hier in dieser Box, zeigt es schon an, dass wir das Foto geteilt haben. So, da. Natürlich wäre das so anstrengend, das jedes Mal selbst zu machen. Deswegen gibt es den Outpost. Hier steht nochmal, wie das alles funktioniert. Und Fanpages hinzufügen. So, jetzt sind alle aktuellen, die wir haben, reingegangen. Und das sind zum Beispiel bei mir diese drei. Outposting aktivieren. Und jetzt können wir hier sagen, ja, jede Stunde. Ja, machen wir einfach mal ein Post. Jede Stunde. So, da. Das Ganze funktioniert jetzt einfach. Das dauert, bis die Leute gesehen haben. Hier wird dann der aktuelle Guthabenstand gezeigt. Ja, ich hoffe, ich habe euch in diesem Video gezeigt, dass das auch, damit ihr wirklich leicht Geld verdienen könnt mit Facebook, weil Facebook ist alltäglich, was ihr verwendet. Und ich hoffe, dass ihr euch auf meinen RefLink anmeldet, weil dadurch würde ich auch ein bisschen Einnahmen bekommen dazu. Und schließlich habe ich euch diesen guten Tipp gegeben. Und ich hoffe, ihr werdet diesen Dienst bald verwenden. Viel Spaß beim Ausprobieren.